mich hier verobachtet. Ich werde mal in die Richtung die Kamera richten. Von da aus kommt wahrscheinlich viel mehr. Na ja, da machen sie auch lang. Hallo, ich bin der Vary und das ist die Wing Home 630. Ich habe diese Kamera einmal von dem Hardy-Wild-Kamerad bekommen. Ich hatte sie getestet und ich fand die Bildqualität für 33 Euro gar nicht mal so schlecht. Und deswegen habe ich sie mir jetzt selber gekauft. Hängt die jetzt hier an und dann sehen wir uns in ein paar Wochen wieder, wenn ich sie abhole. Und dann kann ich ein Urteil darüber sprechen und dann sehen wir uns in der nächsten Sequenz. Ach so, was ich noch sagen wollte. Viel Zubehör wird bei 33 Euro natürlich nicht da mitgeliefert. Es ist keine Speicherkarte bei, keine Batterien, keine Wandhalterung, gar nichts. Es ist einfach nur ein Gurt vorhanden. Hier ist der lang, aber sehr schmal. Mit so einem recht stabilen Plastik-Clip. Und das Lustige ist, viele machen das immer verkehrt. Den so einzufädeln ist natürlich Quatsch. Man fädelt den natürlich so ein. Ich hatte ja in einem der letzten Videos erwähnt, dass ich mir selber eine Wing Home 630 gekauft habe, weil ich die von Hardy repariert habe. Und dabei gesehen habe, dass sie eine richtig gute Qualität hat. Das ist jetzt die, die ich mir selber gekauft habe. 33 Euro. Ganz kurz und knapp. Die Kamera ist für 33 Euro einfach nur geil. Und jetzt zeige ich euch die Aufnahmen. Könnt ihr selber sehen, dass die für 33 Euro richtig geil ist. So, ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufnahmen. Ein kurzes Video so am Rande. Es wird langsam dunkel. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Euer Marie. Euer Marie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020